So, sehr gut. Dann, ähm, genau, 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 so, alle, die in welchem Zoom waren, sind schon da. Ich freue mich. Guten Abend allen Gästen dieses Zoom-Webinars. Ich grüße auch unsere Zuschauer und Zuschauerinnen auf Facebook, die diese Online-Veranstaltung verfolgen. Mein Name ist Evgenia Lopat, ich bin die Leiterin des Projektes Paul Celan Literatur Tage 2020, bin Kulturträgerin und Übersetzerin und Leiter seit 2013 des International Lyric Festival Meridian Channels, bin auch die Herausgeberin von dem Buch, das heute im Mittelpunkt dieses Events steht, nämlich das Buch Paul Celan 100, die Anthologie, deutsch-ukrainische Anthologie, Wir werden mit dem Leben und Schaffen Paul Celans anlässlich seines hundertsten Geburtstages. Und ich freue mich sehr, heute dieses Buch zu präsentieren. Und zwar freue ich mich auf die Kooperation, in der diese Präsentation entstanden ist. Und ich bedanke mich dafür bei der Tübingen Universität, nämlich beim Slavischen Seminar, dafür, dass wir in Kooperation diesen Abend veranstalten dürfen. Und für das Grußwort möchte ich ganz gerne jetzt eben vom Slavischen Seminar die Professoren für Ost-Slavische Kultur- und Literaturwissenschaft, Shama Shagadad, einladen. Ja, herzlich willkommen. Ich glaube, Grußwort ist zu viel gesagt. Ich begrüße Sie, Frau, ich begrüße hier Virginia Lapata und alle Gäste, die hier sind. Eigentlich hätte diese Veranstaltung letztes Jahr stattfinden sollen. Eigentlich hätte sie in Präsenz stattfinden sollen im Dezember. Aber ja, es ist, wie es ist. Und ich freue mich, dass es trotzdem funktioniert, weil eine Celan-Tagung oder ein Workshop, der letztes Jahr an der Uni Tübingen geplant war, ist ausgefallen und wird auch nicht nachgeholt. Deshalb umso besser, dass das jetzt doch stattfindet. Claudia, willst du vielleicht, da du diejenige bist, die die Kooperation begründet hat, vielleicht willst du noch einige Worte dazu sagen. Also ich freue mich, dass wir da sind und ich bin gespannt auf den Abend. Vielen Dank. Ja, hallo auch von meiner Seite. Also wir sind ja jetzt mittlerweile an dieses Zoom-Format schon gewöhnt und eigentlich gibt es auch viele Vorteile, weil wir begrüßen Personen jetzt elektronisch, die vielleicht nicht die Gelegenheit gehabt hätten, nach Tübingen zu kommen. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Kooperation mit Meridian Czernowitz hier angehen können. Czernowitz als Stadt hat ja einen sehr intensiven literarischen Bezug und deswegen ist es für uns als Literaturwissenschaftler auch interessant. Und wir haben auch schon in einigen Projekten mit Czernowitz zusammengearbeitet, unter anderem auch mit der Universität Czernowitz und mit Oksana Matitschuk, auch wenn wir selber noch nie da gewesen sind. Und natürlich ist es super schade, dass wir heute eben nicht in Tübingen an einem Ort sein können. Ich möchte aber trotzdem den Bezug von Czernowitz zu Tübingen wenigstens in einer ganz kleinen Facette Ihnen darstellen. Also wenn dann für alle wieder die Möglichkeit besteht, zu reisen, dann kommen Sie nach Tübingen und sehen sich den neu gestalteten Höderlin-Turm an. Czernowitz ist selbst auch da gewesen und hat mehrere Gedichte zu Höderlin verfasst und eine mit Kommentaren versehene Schrift ist da im Höderlin-Turm auch ausgestellt. Das heißt, auch wenn wir physisch heute nicht wie Czern den Höderlin-Turm begehen können, gibt es doch eine Beziehung zur Stadt und zu dem Dichter, dem wir uns heute zuwenden. Das heißt, vor unserem geistigen Auge sollten eben jetzt nicht nur Celans Texte erscheinen und das, was die Autorinnen und Autoren dann später noch dazu zu sagen haben, sondern wir können auch gerne den Neckar und den Höderlin-Turm vor unserem Auge vorbeiziehen lassen und uns gewiss sein, dass das Czern auch gesehen hat. Vielen Dank, Claudia. Ich freue mich nochmals, wie gesagt, dass wir auch, wenn virtuell, aber trotzdem das Buch präsentieren dürfen. Das Buch selbst ist das Ergebnis von diesem fast zweijährigen Projekt, gewidmet Paul Zellern anlässlich seinem nächsten Geburtstag. Wir hatten im Rahmen von diesem Projekt eine Residenz in Czernowicz gehabt für die deutschen und für ukrainischen Schriftsteller, Schriftstellerinnen, die nach ihrem Aufenthalt in Czernowicz die Essays geschrieben haben und das Buch beinhaltet eben diese Texte auf ukrainisch und auf deutsch, entweder in Regionalsprache oder in der Übersetzung, aber immer so zweisprachig. Und ich freue mich, dass dieses Buch sowohl in gedruckter Form schon existiert, als auch im Internet frei zum Lesen zugänglich ist. Das kann man auf der Website von Paul Zellern Literaturzentrum frei lesen. Und heute präsentieren wir das Buch und zwar haben wir die zwei Interviews mit zwei Autoren von diesem Buch, Oksana Sabuschko und Alexandru Buruz. Wir haben schon einige Interviews uns bei den vorigen Veranstaltungen angeschaut. Heute Abend wird es immer wieder besonders, weil die zwei Autoren, Autorinnen sind in diesen Texten, in diesem Buch ganz toll mit dem Thema Zellern drinnen und zwar sehr verschieden. Die Texte von diesen beiden unterscheiden sich wirklich sehr stark voneinander. Und ich finde das auch ganz interessant. Ihr werdet das auch sehen. In diesen Interviews, das ist eine Interviewsreihe, haben wir versucht, über diese Texte zu reden, warum die Autoren diese geschrieben haben, warum sie diese Themen ausgewählt haben. Und werden natürlich uns die Texte in Autoren, in dem die Autoren das Vorlesen erleben. Auf diesem Wege möchte ich vielleicht bereits anfangen. Kurz zum Ablauf. Es werden zwei Videos sein. Inzwischen können Sie, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Zoom-Webinars, Ihre Fragen im Chart schreiben. Diese werden wir am Ende der Veranstaltung, nachdem wir zwei Videos uns angeschaut haben, vorlesen und diese Fragen beantworten. Denn solche gibt es. Diese werde ich beantworten. Jedenfalls ist es zu beachten. Vielleicht auch Claudia, wenn die Fragen an Claudia direkt gerichtet sind. Aber Sie haben eine Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir gleich mit dem Video von Alexander Bogut anfangen. Die Autoren werden in den Videos präsentiert, damit sie auch etwas aus ihren Biografien erfahren können. Und dann geht es um ihre Texte, die in diesem Buch sind. Nach dem Video von Alexander Bogut mache ich eine kleine Pause und dann werden wir fortsetzen. Ansonsten wünsche ich uns gleich viel Spaß beim Anschauen und starte gerade jetzt mal mit dem ersten Film an. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Evgenia Lopate. Ich bin die Leiterin von dem Projekt Paulsland Literaturtagen 2020, in dessen Rahmen wir heute ein Gespräch führen. Und zwar habe ich heute das Interview mit Alexandru Bogut. Schön, dich zu sehen und danke für die Einladung. Zuerst möchte ich ein paar Sachen über unseren heutigen Autor sagen. Alexandru Bogut ist geboren 1987 in Alba Jule in Rumänien, zog mit 13 Jahren mit der Familie nach Deutschland um, wo er in Frankfurt Germanistik und Komparatistik an der Universität studierte. Er ist ein Lyriker, Übersetzer, Herausgeber der philosophischen Gesprächsreihe Einsichten in Dialog und Kritiker. Sein Lyrikgebot aus Sein auf uns erschien 2016. Für Gedichte aus Was Brasile über die Seele weiß, erhielt er 2019 den Wolfgang Weirauch-Förderpreis. Der Gedichtband belegte im Juni 2020 Platz 5, der SWR Bestenliste. Alexandru Bogut lebt in Berlin, wo wir auch heute sind bei diesem Gespräch. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich auch kurz daran erinnern, dass wir im Rahmen dieses Projekts auch eine Residenz in Tschernowitz gehabt haben im Jahr 2020. Die Residenz hieß Pauls Land 100 und war eben dem großen Dichter von Tschernowitz gewidmet. So könnten die Literaten aus Ukraine und Deutschland nach Tschernowitz kommen, um da eine Woche Zeit zu verbringen und an dem Text zum Pauls Land zu arbeiten. Als Ergebnis von all diesen Texten, die an der Residenz geschrieben worden sind, kam dieses Buch, Pauls Land 100. Heute sprechen wir auch über dieses Buch, beziehungsweise über den Text, der in dieser Anthologie vorhanden ist. Und das ist dein Text, dein Essay über Pauls Land. Vielleicht bevor wir dazu kommen, möchte ich dich fragen, wie war deine Residenz, deine Zeit in Tschernowitz? Weil du nämlich der Einzige aus sieben Autoren aus Deutschland von diesem Buch warst, der tatsächlich die Reise nach Tschernowitz unternommen habe und vor Ort bei einer Residenz in Tschernowitz warst. Wie war die Reise, besonders in diesen Corona-Zeiten für dich? Und wie war deine, deine, also wie war Tschernowitz für dich? Hast du diese Zolanstadt entdeckt oder was war dein Eindruck? Weil ich weiß, das sollte deine erste Reise nach Tschernowitz sein. Das war meine erste Reise nach Tschernowitz und überhaupt in die Ukraine. Und ich kam Ende September nach Tschernowitz und wir hatten wahrscheinlich Glück, dass die Kurve der Infektionen ein wenig abflaute und ich auch verschont blieb von der Infektion. Es waren sieben sehr glückliche Tage, die ich dort verbracht habe. Die Architektur der Stadt hat mir sehr gut gefallen und hat mich sehr beeindruckt. Überhaupt euer Team vor Ort, das mich begleitet hat und mir Sachen gezeigt hat, dass ich zum Beispiel nach Sadigura geführt wurde. Auch dort konnte ich den jüdischen Friedhof mir anschauen, den ich auch in Tschernowitz besuchen durfte. Sicher ist das ein bleibender Augenblick, dort gewesen zu sein, auf diesem Friedhof, wo ich auch die Beobachtung gemacht habe. Man kommt hinein in den Friedhof und es fängt polylingual an und es endet im Grunde auf russisch-ukrainisch. Das heißt, irgendwo in der Mitte hört diese Polylingualität des Jüdischen auf und ungefähr 1945 ist diese Grenze anzusetzen, zeitlich. Und man kann sich ja vorstellen, warum. Ja, also alles in allem eine unglaublich schöne Stadt. Sehr freundliche Menschen, tolles Essen, Gastfreundschaft, top. Ich würde sehr gerne wieder dorthin kommen. Und eine schöne Arbeitsatmosphäre für das Schreiben von einem Text über Paul Celan. Meine Frage ist, wie war deine Bekanntschaft mit dem Werk von Paul Celan? Weil du bist auch in Rumänien geboren, hast 13 Jahre nicht wenig in Rumänien verbracht. Das heißt, deine Muttersprache ist Rumänisch. Rumänisch war auch die Sprache von Paul Celan. Er hat es gesprochen. Ähnlich wie du hat Paul Celan auch Deutsch gesprochen. Also ihr habt viele ähnliche Ähnlichkeiten. Meine Frage ist, in dem Land, woher du kommst, ist Paul Celan so bekannt wie in Deutschland? Oder auch wie heute in der Ukraine, wenn die Ukrainer angefangen haben, seit Mitte der 90er Jahre über Paul Celan zu erfahren. Und heute ist er in der Ukraine schon ziemlich bekannt. Wie sieht es in Rumänien aus? Ja, wie bekannt kann Lyrik sein und werden? Und wahrscheinlich ist das eine Frage, die deine Frage auch berührt. In dem Sinne ist er bekannt, jedenfalls in diesen Kreisen der Literatur und im Speziellen der Lyrik. Ich führe die These Wagen, dass Celan weiterhin hier vor Ort, hierzulande in Deutschland am wirkmächtigsten ist und geblieben ist. In Rumänien, ich habe Kontakt zu befreundeten Übersetzern, die ihn ins Rumänische übersetzt haben. Er wird gelesen, er ist auch dort sehr einflussreich. Aber wie gesagt, in Deutschland ist die Sache schon ganz anders. Hier ist es nicht nur die lyrische Dimension von Paul Celan, sondern überhaupt die historische Dimension, die konkret in Deutschland zu erfragen bleibt. Also das ist ein Komplex, das vor allem hier funktioniert, hier interessant ist und wichtig ist und bedeutend bleibt, wahrscheinlich für weitere 100 Jahre. Und deine Bekanntschaft? Meine Bekanntschaft mit Paul Celan. Ich habe 2008 zu studieren begonnen in Frankfurter Main und mein Lehrer in der Frankfurter Komparatistik war Werner Hamacher, der leider 2017 verstorben ist. Werner Hamacher ist ein Dekonstruktivist in der frankophilen Tradition um Jacques Derrida, jemand mit Expertise gewesen im Poststrukturalismus, im Postmodernismus und so weiter. Man kennt diese Konzepte. Und er war derjenige, der mir, aber nicht nur mir, Paul Celan ein Stück weit erschlossen hat, in jener Richtung, die er eben verarbeitet hat, die der Konstruktion. Also ein sehr bekanntes Buch von Werner Hamacher ist 1997 erschienen, im Surkamp Verlag und es heißt Entferntes Verstehen. Diese Wendung stammt aus einem der wenigen Gespräche, die dokumentiert sind mit Paul Celan, nämlich demjenigen zwischen Paul Celan und Hugo Hubert. Sie sagt, ihr könnt mich nur entfernt verstehen, sagt Paul Celan an einer Stelle in diesem Gespräch. Und das nimmt Werner Hamacher zum Anlass, über Celan vor allem zu schreiben. Und er fragt danach, was Verstehen sei, weil das ist auch eine der Hauptfragen in Paul Celans Werk. Was ist Verstehen? Was sind die Voraussetzungen des Verstehens? Und Werner Hamacher kommt dann zur Feststellung, dass auch Verstehen verstanden sein möchte. Also so begann meine Lektüre von Paul Celan, meine Begeisterung für Paul Celan und meine Anteignung von Paul Celan in meiner eigenen Lührung. Es ist eine sehr spezifische Lesart, die mir von Werner Hamacher offeriert wurde, aber es ist eine angemessene Lesart gewesen und die kommt nicht von irgendwo her, sondern auch die steht in der Tradition. Und diese Tradition beginnt am Ursprung der Rezeption von Paul Celan, das ist Peter Sonny. Peter Sonny war der Lehrer von Werner Hamacher an der Freien Universität Berlin. So begann das. Es ist schön, wer zu hören, der hat sich das alles vorgesetzt und zum Beispiel in deinem Text, der in diesem Buch präsent ist. Soll ich lesen? Sehr schön. Also ich lese nicht den ganzen Text, aber einen Ausschnitt, der die zwei Gedichte von Paul Celan einschließt, um die es mir geht. Das Werk Celans und Celan ist im Übrigen ein rumänisches Adjektiv, das hinterlistig bedeutet, entfaltet sich in der Spannung zweier Composita, Rudolf Hartung nannte Celans Composita semantisch überdeterminierte Klumpen, durch die es den übrigen Wörtern um sie herum an Gewicht und Energie fehle. Anzutreffen ist das Verfahren etwa in diesen zwei Gedichten. Helligkeitshunger. Mit ihm ging ich die Brotstufe hinauf unter die blinden Glocke. Sie, die wasserklare, stülpt sich über die mitgestiegene, mitverstiegene Freiheit, an der einer der Himmel sich sattfraß, den ich sich wölben ließ über der wortdurchschwommenen Bildbahn, Blutbahn. Das war das eine Gedicht. Und das zweite Gedicht. Wir lagen. Wir lagen schon tief in der Makia, als du endlich herankrochst. Doch konnten wir nicht hinüber dunkeln zu dir. Es herrschte Lichtzwang. Die Composita lauten Helligkeitshunger und Lichtzwang. Der Helligkeitshunger, mit dem das Ich die Brotstufe hinaufgeht, was an die schon bei Leibniz vorkommenden Stufen der Erkenntnis von dunkel über klar bis hin zu deutlich erinnert, und das Wort klar kommt in Ceylands Gedicht vor, entspricht der Aufklärung, auch der humanistischen Epoche, dem Streben nach Erkenntnis eines Gegenstands, eines Was. Aus dem Lichtzwang dagegen ergibt sich eine durch technisches Geschick erreichbare Gegenaufklärung. Das über die Makia herrschende Licht zwingt das lyrische Wir zur Ausformung von Strategien, einem Wie, des Hinüberdunkelns zu einem herankriechenden Du, zur Planung eines kodierten und also dekodierbaren Versuchs der Überlistung des zur Überwachung missbrauchten Lichts. Auch dies lässt sich als erzwungener Hermetik bezeichnen. Sie ist jedoch von außen erzwungen und wird im Gedicht, das ein mögliches Flucht- und Rettungsgeschehen präsentiert, wie es in den verhängnisvollen Jahren bis 1945 hätte stattfinden können, als überlebensnotwendig mitreflektiert. Die von mir kritisierte Andra Hermetik reflektiert für meine Begriffe viel zu selten ihren selbst auferlegten Zwang, dessen sie sich, so mein Eindruck, lediglich als Tool wie aus einem eklektizistischen Werkzeugkasten bedient. Codes und Kodierungen sind häufig Substitutionsfiguren, Tropen. Die beliebteste unter ihnen ist die Metapher. Es verhält sich A zu B wie C zu D. Daraus ergibt sich die Metapher BC aus. Es verhält sich das Alte zum Leben wie der Abend zum Tag, resultiert Lebensabend. Ein meister solcher Bildungen von verkürzten Vergleichen ist der serbische Autor Bora Ciosic, wovon vor allem sein Roman »Die Tutoren zeugt«, den Karl Markus Gauss als ein Universum von Metaphern bezeichnete. Er schrieb daran während eines Veröffentlichungsverbots. Ich fragte ihn einmal, ob sich in einer aufgeklärten Gesellschaft, einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, nicht auch der literarische Stil aufklaren müsse. Ich stellte ihm diese Frage in der Annahme, dass Schriftsteller in Diktaturen oder ähnlichen politischen Systemen eher dann Metaphern reich schreiben, wenn sie die Zensur abzulenken versuchen. Ich dachte dabei an bestimmte Texte, unter anderem an das Gedicht, das ist keine Unterhaltung fürs Telefon, das aus der Feder des in seiner Zeit kommunistischen Polen in behördlicher Ungnade gefallenen Intellektuellen Stanisław Baranczak stammt. Das lyrische Ich geht von einer Überwachung seiner Telefonate aus und bereitet eine telefonische Unterhaltung vor, die in einer unbekannten Sprache stattfinden soll. Unbekannt nicht nur den wachsamen Hörern des Staatssicherheitsdienstes, sondern auch den Telefonierenden selbst. Zurück zu Czorsic. Seine Antwort war, Kein Schriftsteller muss klar schreiben, egal wie der Zustand einer Gesellschaft ist. Genauso wie in Terrorregimen Schriftsteller nicht in Metaphern schreiben mussten. Es gab durchaus jene, die sehr klar geschrieben haben, der Archipel Gulag ist keine Metapher, genauso wenig wie die Dramen von Vaclav Havel. Das waren reine und reale Bilder der damaligen Gesellschaft. Natürlich bezahlt man mit dem Gefängnis, der Internierung, dem Lager, aber es ist kein Gesetz, dass Schriftsteller die Metapher gewählt haben, um sich zu verstecken. Ich behaupte sogar, dass jene, die in Metaphern schreiben, dies in glücklichen Zeiten tun, weil sie nichts daran hindert. Vor dem Hintergrund der Schriftstellerbiografie Czorsic leuchtet seine Antwort, beide Teile der Antwort, unmittelbar ein. Eins, dass sich keine zu keinem Zeitpunkt und an keinem Ort klar artikulieren und zwei, dass dies erst recht niemand in glücklichen Zeiten tun müsse, in denen die potenziellen Sanktionsandrohungen und Sanktionen wegfallen. Der zweite Teil der Antwort ist ein aus deren ersten Teil abgeleitete, biografisch bedingter und daher völlig legitimer Trotz. Der erste Teil der Antwort ist ein Befreiungsschlag um jeden Preis, losgelöst von jeglicher außerliterarischen Zweckdienlichkeit und Fremdbestimmung, nicht zuletzt von der Rezeption. Dagegen steht das lichtzwangsausgesetzte Wir Celans, dessen hermetisches Hinüberdunkeln eine existenziale und teleologische Reaktion auf eine Rezeptionsgier in feindlicher lauer Stellung ist. Ich danke, du schreibst in deinem Text, die Autoren schreiben die Metapher in den glücklichen Zeiten. Celan hat in glücklichen Zeiten geschrieben, das stimmt schon. Meine Frage wäre, was denkst du, wie wäre sein Werk, wenn das Schicksal von Paul Celan nicht so gewesen wäre, als es war? Wäre er trotzdem so ein prominenter Dichter, könnte er trotzdem so wunderbare Gedichte schreiben, oder was schätzt du überhaupt dazu? Also, ich glaube nicht, dass es dieses Werk gäbe. Ohne die Biografie und auch ohne die Familienbiografie von Paul Celan, man erinnere sich zum Beispiel an das Gedicht, an das frühere Gedicht, Nähe der Gräber, in dem es auch um die Mutter geht, die in Michaelowka umgebracht worden ist. Also, ich glaube nicht, dass das Werk jemals entstanden wäre, ohne diese Biografie, diese sehr spezielle Biografie von Paul Celan, gleichzeitig eine objektive Erfahrung, die von Millionen und Abermillionen von Menschen gemacht wurde. Man kennt ja die Zahlen, man kennt die Namen, ja, ich glaube durchaus, dass er genauso literarisch-ästhetisch gut geschrieben hätte, aber das Werk hätte bei weitem nicht diese Beachtung bekommen, die es im Nachhinein bekommen hat, aufgrund dieser Biografie. Celan ist auch so stark verbunden mit seinem Gedicht, das so bekannt wurde, die Todesfuge. Das ist wahrscheinlich das Gedicht nach 1945, dass die Rezeption dieses Gedichtes hat derart, die weitere Rezeption von Paul Celan war entschlusst und dessen war er sich bewusst, so dass er irgendwann auch im Grunde ablehnte, das Gedicht immer wieder zu lesen, um auch auf das Neuere aufmerksam zu machen, weil er hat ja bis zuletzt geschrieben, natürlich. Also das wäre so in etwa meine Frage und meine Antwort auch. Es gibt auch einen sehr schönen Text in dieser Anthologie von Igor Pomerantsev, der schreibt darüber, wie wäre Paul Celans Leben, wenn es kein Holocaust gäbe, also bislangweise, dass Paul Celan interner wird bleiben, würde, wie sein Leben da in der Stadt sich entwickeln könnte, ist auch ein interessanter Text, um zu überlegen, wie könne es sein. Allerdings war das Schicksal von Paul Celan so, wie wir das wissen, wenn ich aber seine Gedichte heute lesen, scheinen die mir höchstaktuell zu sein. Und ich frage, ob deiner Meinung nach Paul Celan ein aktueller Dichter ist, oder ist er eher ein Zeichen des 20. Jahrhunderts und der historischen Ereignisse, die im letzten Jahrhundert passiert sind? Also, es ist auch in gewissem Maßen eine dokumentarische Literatur, nicht dokumentarisch im Sinne von Rolf Hochguth oder Peter Weiß oder wie die Akteure der konkret dokumentarischen Literatur auch heißen mögen, aber dokumentarisch in dem Sinn, als in seinen Gedichten die objektive Erfahrung von so und so vielen Millionen europäischen Juden und den anderen unterdrückten Minderheiten in der einen oder anderen Weise zur Sprache kommt. Das ist das eine. Aber es geht ja in den Gedichten Paul Celans nicht nur um deren Historicität, sondern, und das ist vor allem der aktuelle Bezug, es geht um das Ästhetische, es geht um das Literarische. Und das habe ich versucht zu sagen, als ich soeben Werner Hamacher erwähnt habe. Die Frage, was denn Verstehen sei, stellt sich immer und wird sich immer stellen, sofern wir vernunftbegabte Wesen sind. Was ist Verstehen? Was sind die Voraussetzungen des Verstehens? Was ist Rationalität? Was ist Vernunft? Was ist Verstand? Und diese Frage wurde von Paul Celan so gestellt, wie kein anderer es getan hat. Das ist der aktuelle Bezug für mich, weil man hört ja immer wieder, ja, ich verstehe das nicht. Was bedeutet das? Und es gibt verschiedene Strömungen, dem entgegenzuhelfen. Ja, es gibt die Barbara Wiedermanns, dieser Welt, die dann sozusagen das Material des jeweiligen Gedichts zurückführt auf etwas Konkretes. Nebenbemerkung, die Realien, das Datum, der Ort, das waren für Paul Celan unerlässliche Zusammenhänge. bloß das Gedicht lässt sich nicht nur darauf reduzieren. Die Realien spielen eine Rolle, aber es geht doch immer auch um eine Komposition der Realien. Ja, also das ist noch ein bisschen dokumentarisch. Auch dort gibt es um eine Komposition des authentischen Materials. Aber dann könnte man zum Beispiel sagen, ja, aber was ist mit diesen Klumpen bei Paul Celan mit diesen Neuwort-Schöpfungen, das ist sicher nicht so, worin liegt da die Realie? Das ist eine ganz neue Realie, sozusagen, die gegründet wurde in der synthetischen, kreativen Leistung dieses und nur dieses Autors und Lyrikers. Ich finde es ganz interessant beim Salam. Die einen sagen, man kann diese Gedichte mehrmals lesen und jedes Mal entdeckt man etwas Neues für sich selbst. Die anderen sagen, das muss man nicht so tief irgendwie analysieren. Das ist alles ja vom ersten Mal verständlich. Ich finde, dass diese, alle diese Rezeptionen, die so verschieden sind, sagen ganz viel über Paul Celan und seine Meisterschaft, der ist mit, meiner Meinung nach, mit keinem, mit keinem anderen Dichter zu vergleichen und ich freue mich schließlich, dass es so viele Kulturprojekte zu seiner Person gibt, und dass solche zeitgenössische Autoren wie du sich damit auseinandersetzen und sein Werk analysieren, auch etwas zu ihm schaden, zu ihm auftreten, das hält das Gedächtnis an ihn, was ich hundert Jahre nach seiner Geburt ganz, ganz wichtig für uns, die Leser und Leserinnen, finde. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch, möchte nur kurz erinnern, dass der völlige, völlige Text von diesem Essay ist auf der offiziellen Webseite von Paul Celan Literaturzentrum frei zum Lesen zugänglich, das heißt, Sie kommen auf den Link unter diesem Video und können den ganzen Text, sowohl auf Deutsch als auch auf Ukrainiisch, lesen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Alexandra, für den Text, für die Teilnahme an der Residenz, auch für den Auftritt und freue mich, dass auch deine Rezeption von Paul Celan uns, den Lesern, im 21. Jahrhundert jetzt zur Verfügung steht. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Danke schön. Danke für die Aufmerksamkeit und vielen Dank der Kulturstiftung des Bundes für die Unterstützung dieses Bektes und auch dieses Interviews. Das war der erste Film. Wir haben den Film in Berlin vor ein bisschen mehr als einem Monat aufgenommen und das war das herrliche Wetter in Berlin-Tempelhof. Das, was wir hier in Tschernwüsten nicht haben. Claudia, schauen wir. Ich hoffe, dass in Tübingen momentan ein schönes Wetter ist und dass, wenn wir in Tübingen doch gewesen wären, wäre es ein schöner, eine schöne Brandstreifen da. Ja, was ich empfehlen möchte, ist, wir haben die Interviewsreihe mit allen Autoren von diesem Buch, fast mit allen und das lohnt sich, alle Interviews anzuschauen, weil diese Fragen, die den Autoren gestellt worden sind, die sind sehr ähnlich einander und es geht darum, auch zu merken, wie verschieden die Antworten auf diese Fragen bei verschiedenen Autoren sind. Es gibt Unterschiede zwischen den ukrainischen und deutschen Autoren, es gibt Unterschiede zwischen den Generationen, es gibt Unterschiede zwischen den Autoren von verschiedenen Geburtsorten und Ländern und das ist auch ganz interessant, diese Unterschiede während der Gespräche zu merken. Inzwischen habe ich keine Fragen im Chat gesehen, außer, dass Marc Belorus das Video und Ton nicht einschalten kann. Marc, die Teilnehmer des Webinars, können das nicht machen, aber wenn Sie eine Frage haben oder Fragen haben, können Sie das gerne im Chat bitte schreiben, die werden vorgelegt. Und dann gleich kommen wir zum zweiten Medivideum. Der Film wurde mit Oksana Sobuschko aufgenommen in Kiew und sie schreibt über Paul Selan auch mit der Hilfe von dem anderen Dichter. Das ist nicht der einzige Text, in dem es noch gemacht wird. Ich lade ganz herzlich zu den nächsten Interviews ein, die wir morgen am 11. Juni zeigen werden, aber auch am 15. Juni. Am 15. Juni haben wir zum Beispiel die Interviews mit Tanja Malerczuk, die uns über Paul Selan durch Ingeborg Bachmann berichtet. Wir haben das Interview mit Igor Komaransow, der, wie ich im Video mit Alexandra erwähnt habe, eine alternative Geschichte schreibt, wie wäre das Leben von Paul Selan, wenn er in Tschernwitz geblieben wäre. Und das dritte Video am 15. Juni wird mit Klaus Reichert sein, einem deutschen Dichter, der auch der Lektor von Paul Selan im Soekamp Verlag war, als Paul Selan vom Fischer Verlag zum Soekamp Verlag gewechselt hat. Und Klaus Reichert ist der einzige aus vier Senatoren dieses Buches, der Paul Selan persönlich gekannt hat. Ich finde es auch spannend, um die Erinnerungen von diesen Menschen zu hören. Wie war es, mit dem Paul Selan zusammenzuarbeiten als Arbeitskollege. Und morgen am 11. haben wir zwei Interviews mit Serhi Jadam und Nora Bossong. Serhi Jadam analysiert den Gedicht Spann die Niemandsrose und Nora Bossong spricht zu der Wahrnehmung dieser Sprachfrage von Paul Selan. Was hat er mit der deutschen Sprache gemacht, indem er seine Gedichte geschrieben hat? Und jetzt geht's zu Oksana Zabuschko, die, was ich auch spannend finde, erzählt uns über Paul Selan durch einen anderen Czernowitzer Dichter, über den wir gleich in diesem Film erfahren werden. Also jetzt kommen wir zu Oksana Zabuschko. Oksana Zabuschko. Ich wünsche euch auch ein kurzer Tag und ich hoffe Ich hoffe Sie haben so RP, wie geht es unsere Zuschauer die Texte aus dem ist die deutsche auf der SERVILIED ist sie aus der hat eine politische Art und eine konkurrenzische Art von 2.000 Zeitung wird gefährlich, der Kiste und der Kiste gesamt für eine Art von 8.000 Er hat sich in 1992 und 1994 angeblich über die Ukraine-Literatur in den USA, in den Pansylvanischen, Harvard- und Piedsburg-Universität, als Fulbright-Sitipendiat und Zapforsche-Piesemannin. Der erste Roman von Окsane Zabuchko ist auf der ersten Bestseller-Untertitel des Ukraine-Ukrainees. Sie ist ein Magnum-Ortus, der Mosei der Gefängnis-Secretien, und in 2020 die Stadt Süßerske-Weid-Tagis and Seiger ließ in den 20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20. Der Erste, um das Wort, um das Wort zu beitragen, sind die 60-mäßig in eine Art und zeigen, dass die Menschen mit einer nationalen fremien, die in der Angellus- und Nationalen fremien Ukraine im. T.T.A. Schewchel. Heute sprechen wir über Pauli Ceylana. Frau, ich danke dir, dass du diese Texte, die du geschrieben hast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank 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 für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben auf die Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit gemacht werden, sie durch die Aufmerksamkeit von der Oase nach ihr eine Erachtze. Das war auch noch ein paar Pferden. Aber ich habe noch ein paar Pferden. Aber ich habe noch ein paar Pferden, aber ich habe mir das Gefühl, dass es so ist. Und es ist das Bielige der Kopf, wie die Kölnge der Kölnge haben, wie die Kölnge von der Kölnge ist. Und du hast du das Kölnge der Kölnge ist. Das ist das Kölnge. Das ist das Kölnge. Das ist das Kölnge der Kölnge. man kann mit dem Opereurschal-Amen-Amen. Alles funktioniert, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn, ich habe ihn von Beidrat. Ich habe ihn von Beidraten für Ceylan, also von Mohsseya, zu sagen. Das ist meine Umovie von Anfang an zu schreiben. Ich habe das Wort nicht nur weil mein Ceylan kam mit mir von Beidraten von Meisseya, Aber weil die Parallel und die Zusammenarbeitung zwischen diesen beiden Poeten, die wir in Черnivsägen sind, mit einem anderen Teil, das ist nicht so viel. Das heißt, dass er sich in Черnivsbach nach dem Jahr nachdem, wie sie sich verheiratet ist. Das ist so, dass hier ein kleines Erachter ist, dass hier ein kleines Erachter ist, wie ein Verheilung, eine solche Erheilung, eine solche Erheilung, Es ist eine eine Verbindung, die ein ein-Diesel-Diesel-Diesel-Diesel-Diesel-Diesel-Diesel. Es ist ein ein-Diesel-Diesel-Diesel-Diesel-Diesel-Diesel-Diesel. Aber eine Veröhrung, was bedeutet, dass es ein jäures in den Черnivsägen in der 20-Diesel-Diesel-Diesel-Diesel-Diesel. Also, wenn er dericste Szenarais auf wohnt, wählt es noch ein Irgendwann, der würde Agrar sein würde. Auf die Seite von der Yeaheuret um Geur zu gewohnt Manogolehr Mócet von dem Abwechel. Richtig ist und colonial, als es der 70-Diesel-Diesel-Diesel-Diesel. Aber wenn man sich dann für die Zilladam war, dann können auch in der 90-Diesel-Diesel-Diesel-Diesel-Diesel-Diesel-Diesel-Diesel. in die Ukraine. Das ist nicht wahr, dass es so vieles Es ist noch nicht so, dass es ein Jahr, der Stelan-Celan-Celan-Celan-Celan. Und in diesem Jahr, im Frühjahr, nach 50 Jahren, 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 nach 100 Jahren, das Jahr. Wir haben auch gesagt, wir haben, wir haben uns keine Instrumentation, um die Dinge zu vermitteln, wir haben diese Dinge zu vermitteln. Wir haben die Musik in dem Artifache. Wir haben sie vermittelt, Man muss diese Geschichten verstehen, dass sie sich hierher und zurückkehren uns sind. Für mich ist ein Portrait im Kontrollen Wicht. Ich verstehe, dass ich sehr viele Dinge, die ich, sagen wir, sagen wir, nicht zu sagen, zu viele sagen. der Einwissen ist der Einwissen und der Einwissen, das ist, wie es, das war, dass es in Meierkopf war, es war in Alright, aber dann ist es, ich habe jetzt mal, dass ich in den Räumen nachher drei und ins Wissen nicht sagen darf, ich in den Räumen nachher hab ich in den Räumen nachher, ich habe in den Räumen nachher, ich habe in den Räumen nachher, ich habe in den Räumen nachher, das ist eine sehr, die ich übernommen habe, Es ist ja so, wie ich nicht wachwachsen bin, aber ich weiß, dass ich nicht wachwachsen bin, weil ich ein bisschen wachwachsen bin, weil ich ein bisschen wachwachsen bin, dass ich ein bisschen wachwachsen bin und wachwachsen muss, dann muss man sich auf das Thema wachwachsen und Zeit, also wie ein bisschen wachwachsen ist. Ich sage, dass es so eine Gedeutung, ich meine Gedeutung, dass Sie mir die Möglichkeit haben, zu diesem Projekt, in den Augen zu verabschieden, die 28.000 Marken, so wie ich meine Gedeutung, die ich meine Gedeutung, über die ich, wie ich in Vorhoher nennen kann, oder die Geografie, oder die Geografie, oder so. Also, mit 28.000 Zeichen, bei Maximum, ich diese Geschichte aufziesseite, mit der Hoffnung, dass, dass, vielleicht, jemand weiter daran interessiert, dann weiter und jemand will diese Parallel-Doll sich weiter auf der Gleimung, auf der Gleimung auf der Gleimung, auf der Gleimung, auf der Gleimung auf der Gleimung, auf der Gleimung, die sie beide benutzt. Also, ich glaube, dass ich so ein kompas für diese E-Serie für die Literatur-Gleimung und nicht nur für die Literatur-Gleimung, sondern auch für die Menschen, die ich solle und die der Gleimung der Gleimung, dass ich nicht alles gesagt habe, was ich wollte, aber auch Dixie gesagt hat. Also, dass ich solle in die Zeit zurückkeits glaube ich, weil es schon nach München so ist, wie viel weiter ist von der Gleimung des von der Gleimung der »Serie weiss von 1978ą und von 2020 mit dem »Nezal slicing Träumen«, und so weiter. Denn Dolja Möseä Fischbäin ist für mich ein Poeta Fischbäin. Er ist für mich ein Veränderungsprozess, dieses Cielano-Vehner, die Emigration in anderen Bereichen, in anderen Bereichen, in anderen Bereichen. Aber hier gibt es ein scherwig-faches Frontier, wieyez es wie eine der Ärzte, die von der Ärzte formiert und erneut der Ärzte formiert und die föreisce und die Gefolge des Telan. Und dann ist er eine andere andere Ämperie und der Traktor überprüfen, aber auch formiert einen anderen Poeten, in der andere kulturelle Möge-Kulturelle. Und diese Zusammenarbeit und diese Zusammenarbeitung, die mir sehr wichtig ist, und die mir sehr wichtig ist, und die mir sehr wichtig ist, die mir sehr viel zu erklären hat und über CELANA durch CELANA. Er ist die Möglichkeit, dass sie mir ein Geist, wie ein Geist, wie ein Geist, wie ein Geist, wie ein Geist, ein Geist, wie ein Geist, was er. Ich wollte mich über dich das Autorstätige aus dem Text aus dem Text. Wenn du dir so gerne, dann bitte ich den Schmaatchen, wie du, wenn du dir, würde ich jetzt, was es zu überprüfen? Ich werde jetzt weiter mit dem, was ich gesagt habe. Ich habe mich über die ganze Reihe von meinen Geheimdiensten gesucht. Ich habe mich über die deutsche deutsche Slamist, ich habe auch noch zu konzultiert, sie haben mich über die Analyse der Texte mit den Schöckern und die Parallel der Schöckern und die Ukraine. Der ist die Musik von der Erlmann, wie es aus allen Texten zu finden, für die neue Niemöse, wie man sich von der Erlmann aus dem Bildern kann man sich von der Erlmann aus dem Bildern, wie es ist, wie es so ist, wie es so ist, wie es ist, wie es so ist, wie es ist. Aber in der Erlmannschaft, die ich auch mit der Erlmannschaft, die der Erlmannschaft und die Erlmannschaft, Das ist in der zweiten Teil des Esees. Vielleicht ist es besser, über Célana, schon seit его смерти, Emile Choran. Zitat. »Cärvig und unmöglich, und nicht schadig bei allem seiner unbezüglichen Menschen, der ich liebte, und ich will, Er hat sich überrascht, dass er sich vor allem daran hat. Das ist ein sehr guter Mensch. Ich kann mich soarisch sagen. Ich habe diese Wort nicht soarisch. Es ist 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 soarisch. Und in diesem Jahr 2020, wenn ich über die Eich-Leute über 50 Jahre nach CELANA bin, in einer der Kirche-Leute-Leute, der seine Geist-Leute-Leute-Leute, hat man nicht mehr zurückkehlt, sondern ich habe ihn mit einem Silhouette. Ein Einwes-Leute war, weil der Eich-Leute war, weil er sich nicht in den Augen und nicht in den Augen. Das ist es nicht so, dass es nicht mehr auf eine Art des Normations-Kulturnal-Liebe zu gewissen. So in den Kool-Kool-Kool-Kool-Kool-Kool-Kool-Kool-Kool-Kool-Kool-Kool-Kool-Kool-Kool. Und wie es mit ihnen trotz, was es nicht einfach. Aber wie sie haben sie auch nicht unterbrechen, wie sie berühmt sind über die App-Kool-Kool-Kool-Kool-Kool-Kool-Kool-Kool. Und hier habe ich mir hier ein Vorabschieds vorabschieds, Das ist nicht öffentliche, sondern für sich selbst gemacht. Aber wie es nicht so ist, weil es war, weil es schwer zu halten, als eine halbe Stunde. Ich habe währenddrehen, dass es so ist. Ich habe mich in die Zeit gezwungen gemacht. Und ich habe mich in der Zeit, dass ich diese Gefühle nicht mehr werde. Willkommen, Tietko! Das war, das war, das war, das war, das war, Der Applaus Das ist ja zu dem wirsch. Und das ist, dass wir in den ersten Jahren der erste E-migration-Roll auswählen, den von ukrainischen Geheimdiensten, dass wir über das Geheimdienste sagen, dass wir die Musik-Rehebenen, dann haben wir, dass sie in der Jahrzehnte, mit dem Versuchung auf das Richtige, wie ein Wettbewerbsverletzer zu haben, was, wie ein Wettbewerbsverletzer aufgewachsen ist, wie ein Wettbewerbsverletziger ist, wie ein Wettbewerbsverletzer. Und auch das ebensohört, dass wir ein Wettbewerbsverletzer im Wettbewerbsverletzer, um sie ihr Tiefen im Einmal Ersatzum ab. Ich habe es nicht wusste, was nicht mehr sobs und wie sie wiederholt haben. Für mich unter den Fielen der Tiefenterneum. Ich habe es auch noch nicht versteckt, was es bei der ersten Kartei. Das ist eine größte Auf Bit. Weil ich OF mit dieser Kartei habe sie um dich zu verabhängigsten. und stunden die Geschichte mit Selanow. Und das alles konnte wirklich etwas über diese Pfeilige sein, weil sie mich zum Beispiel in den Titeln kommen, und sie sich für alle, dass es so schön wäre, wie es nicht wie Pärjenkow, wie es ist wie ein Schatz-Kluss. Wenn es nicht so kompensiert wurde, dass in den Momentum alle Fähigkeiten waren, dass es ein Fähigkeiten, wenn es so wichtig war, wie es als Schatz-Kluss, als ein Schatz-Kluss. Und dann auch ein Schatz-Kluss. Und so ist er auch ein Schatz-Kluss, insbesondere in das Künstler und Folies und Improng zu der Fächte-Movlinie-Maskin, ein bisschen Zeit mit, dass es jemand schützt, dass sie auf einmal schützt. Aber es ist auch noch ein und zu der Künstlerk inviert, dass ich Telefonklinik, wie es der Künstlerkliere hat, ein Künstlerklinik, die ich habe, wenn ich mich auf der Künstlerklinik, aber es schützt, wie ich sehr schön singe 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 singe. Und immer wieder so schön auf das Ihr weisig, wie es ist, wie es noch zu hören und wie es zu hören und wie es ist, und zu erzählen, dass sie sich über die Einheit über die Einheit zu erzählen, die immer über die Einheit zu erzählen ist. Aber es war so schwer, wie die Selana zu lieben. Ich glaube, es ist auch so. Die erste Freundin, ihre erste Freundin, zu erzählen, wie sie zu erzählen. Und in Israel, und später in Niemöchen. Aber diese Freundin, die in der Schule zu erzählen, über die Freundinnen zu erzählen, die Freunde zu erzählen. Man kann man auf die Straße. Man kann man auf die Straße. Die Straße von Hüchbäin, die er für sich in die Wahrheit ist, dass sie ihn in die Wahrheit er hat, hat er die ukrainische Sprache. Sie schreiben, wenn er in die Wahrheit ist, wenn er in die Wahrheit ist, wenn er in die Wahrheit ist. Für 70er Jahre, wenn die Wahrheit in dieser Sprache von dieser Sprache ist ukrainischem bourgeoisie-nazionalismus und sie hat einen Eklivalent zu kriminalisieren Das war ein Wettbewerb, das war ein Wettbewerb, das war ein Wettbewerb. Das war ein Wettbewerb, das war ein Wettbewerb, das war ein Wettbewerb. Das war ein Wettbewerb, das war ein Wettbewerb, das war ein Wettbewerb. Das war ein Wettbewerb, das war ein Wettbewerb, das war ein Wettbewerb. Er ist ein deutschland, ein deutschland, ein deutschland. wenn er nicht emigriert. Mikola Lukasch, mit dem sie mussten, bereits bereits aufgrund der Gründung, aus dem Motivation, wer es ist, wer es ist, wer es ist, wer es ist. Lukasch, mit dem Motivation, wenn sie mit dem Motivation haben, wie sie mit dem Motivation wie zwei Solowheben in dieser Zeitung, bei dem Motivationen 70-jährigen, die sie nicht aufzuhören. Lukasch, mit dem Motivation, mit dem Motivation, mit dem Motivation, dass sie mit dem Motivation und wo sie gehen, dass sie, dass sie, dass sie mit dem Motivation, dass sie, wenn sie mit dem Motivation, und das schon auf dem Motivation, dass sie sich, bei der Kapivation, wie sie einer von Ihnen zu sehen, wird es und vermittelt, dass sie ihre Mutter von Himmacher noch Nichts anderes von seinem, von dem 70-jährigen Jamm, erzählt es uns, die uns, die in den Zeitungen waren. Das ist ein Ebritum, das ist ein Ebritum. Ihr wisst, was das für ein Ebrit ist, er ist ein Ebrit. Ich habe ihn in Israel, ich habe ihn nicht beurteilt. Es ist einfach. Es ist ein Ebritum, ein Ebritum, ein Ebritum. Es ist ein Ebritum, ein Ebritum. Die Menschen haben sich so viele Dinge zu schreiben. Danke. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben viele Zeit, wie sie von ihnen zu erloren sind und wie sie zu erloren sind sind. Und wie bei der Tane Malheur-Chuk, die wir uns durch die Postage von Ingeborg Bachmann Das ist ein kremerer сюжet. Ich habe ihn etwas überrascht, aber es ist sehr interessant. Ja, das ist mein Seifish-Benz. Und das ist auch sehr wichtig für diese книge. Ich glaube, dass wir, dass wir ihn, auch einen Chörnäuven-Poeten haben, er hat ihm einen danken, er hat sich über ihn geschrieben, über den wir mehr wissen, nicht nur über Célana, sondern auch über den Fisch-Beyn, der war zweitiger Generation nach Célana im Chörnäuven. Das ist ein großer Einstieg von Ihrensohn. Und das ist ein ukrainischer Literatur. Hier ist noch eine weitere Themen. Hier ist noch eine weitere Themen, die ich verstehe, die ich nicht mehr überprüfen habe. Das ist, sagen wir, für mich, für mich, eine Art von der Weise, dass wir nicht mehr so richtig verabschieden können. Aber diese Geschichte der Ukraine, die das bedeutet, nicht aus anderen Discurseien, nicht aus anderen interessieren, sondern das was, wie es war und wie ihn wieder verheirte. Es war ein paar Mal, zwei totalitarische Regionen. Weil ich zum ersten Mal, wenn ich mich, wenn ich, war ein Freund Stalins. Das ist die gesamte Sprache und diese Sprache und die Sprache 20er Jahre. Die Sprache in der Ukraine, in der Russland-Ukraine, in der Russland-Ukraine, Aber sie war Teil der Prozess, der wir heute heute nennen, ist es eine ukrainienzation. Das war eine kuräin-zation. Das war nicht nur ukrainienzation. Das war ein weiteres kulturs. Alles? Ja, kann man... Ok, gut. Aber es ist eine sehr große Themen. Und ich meine, wie viele sind? 5 Sekunden. Wie ich muss mich zurückkehren? Ich kann hier sagen, dass ich diese Teme, wie ich meine, die wir im Knie haben. Also, das Kulturell-Kulturell-Kulturell-Kulturell-Kulturell-Kulturell-Kulturell-Kulturell-Kulturell-Kulturell-Kulturell-Kulturell-Kulturell. Das ist die Leute, die waren zwei-Kulturell-Kulturell-Kulturell-Kulturell-Kulturell-Kulturell. Das ist eine sehr interessante Kulturell-Kulturell-Kulturell-Kulturell. Und hier, die in 30' Jahren, in die Zeit hatte Gittler statt. Und dann hat sich die Scho-Kulturell-Kulturell ab. Also, die Zentrum in 70' Jahren ist der ganze Zeit. Also, ich noch etwas, sagen wir so sagen, ich noch etwas, älteren. die die Generation von der Welt sprechen, die von der Weltkriegs-Konurin und IDIG. Ich weiß, wie sie sprechen. Ich weiß noch diese nennen, diese ihre Auswahl. Ich weiß diesen IDIG-Akzent, das ist die nennen, das ist die nennen, diesen IDIG-Akzent, das ist die nennen, das ist die nennen, das ist die nennen. der sie nicht mehr, aber ich habe ihn nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr, aber ich habe ihn nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr, dass ich es versucht, dass es das Ukraine-Heufe zu versichern, zничern, zu verabschieden und so weiter. Gott weiß, dass es so ist, dass es nicht so ist, dass es so ist, wie es so ist, aber es ist eine bestimmte Seite, sagen wir so sagen, von der Ukraine, die da, sagen wir, das, das, das Wächne auf der Formatung und Selan und Fischbein, also wir können sie nicht unter Kontextum, unter Kontextum dieser und die Tragendie und die Ukraine und die Evereinheit. Ich sage es auch noch mal über den Holocaust, aber es ist auch noch eine weitere Themen. Es ist auch eine große Themen. Es ist eine neue Tragendie, eine neue Tragendie, eine neue Samogutnis. Und so ist es unsere heute nicht unsere, sondern auch eine globalische, der EVERY- протобhöhungste Wahrnehmung, und die einst angeborennaisw invece von den Glocksten Es geht um eine Art 1-му-окolische Kirchen. Als er hat eine solche Keith gemacht, ist, sagen wir, eine kümmerndes narrative. Aber von dieser Kümmerndes narrative ist, also wir auf zacken 양iten ein ganzes relativ, die sind nicht so schlimm. Also, es ist nicht so schlimm. Es ist so schlimm, dass eine eine, eine eine Regierung, die die jäuern konnte, den sie nicht danken. Aber sie erzählen, die die jäuern, über den danken, die den danken, der in die jäuern war. Aber er kommt nicht so, wie die jäuern, 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 der kam er mit dem mit dem der deutsche die Frage dass es die 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 Beide ich als Advocat, haben wir die 6-Werhows-Kamäniin, wo es war, 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 wo es in der Schweiz gibt es ein Pfeilige. Das ist eine Kupache. Nur eine Kupache. Und dann diese Themen beginnt sich die Kupache. Das ist eine Kupache. Das ist natürlich, dass viele Leute das nicht zu wissen. Aber man kann verstehen, dass die Generation, die war mit der Gelegenheit, die von der Gelegenheit bekommen hat, so wie gesagt, der Gelegenheit und der Gelegenheit, die noch in der Verteidigung der Gelegenheit der Gelegenheit der Gelegenheit der Gelegenheit. Das hat mir gesagt, die eine Israelische Psychologin gesagt hat. Also, in diesem Kontext der Gelegenheit der Gelegenheit, sie ist sehr emblematisch für die Geschichte des 20. Jahrhundert, für die Traum des 20. Jahrhundert, in denen wir uns immer noch beurteilen. Ich bin sehr froh mit der Gelegenheit. Ich bin sehr froh, dass Sie hier sind. Ich danke dir, dass es hier ist. Ich bin sehr froh mit der Gelegenheit der Gelegenheit. Ich bin sehr froh mit der Gelegenheit der Gelegenheit. Ich bin sehr froh mit der Gelegenheit der Gelegenheit. Ich bin sehr froh mit der Gelegenheit der Gelegenheit der Gelegenheit. Ich bin sehr dankbar auf der Gelegenheit der Gelegenheit. Vielen Dank. So und das war der zweite Film mit Oksana Zabuschko. Ja, für diejenigen, die nicht so schnell waren, um die Untertitel während des Vorlesens des Textes zu folgen, die können gerne noch den völligen Text auf der Website von Paulsan Literaturzentrum lesen, wozu ich ganz gerne alle einlade. Ansonsten habe ich im Chat gesehen, es gibt viele Kommentare, interessante Kommentare, darunter keine Fragen, die wir beantworten könnten. Und auch in Facebook habe ich auch keine gefunden. Auf diesem Wege möchte ich vielleicht noch kurz erinnern, dass das Buch ist da, sowohl in der Ukraine als auch in Deutschland für die Gäste, die uns aus Tübingen angeschaut haben. Das Buch wird in weniger Zeit auch an der Universität zu finden sein. Und wer Lust hätte, das Papierbuch zu lesen, kann das machen. Ich hoffe, Schama, Claudia, wir können das gerne organisieren. Wir schicken die Bücher Ihnen dann nach Tübingen. Ich sehe jetzt mal gerade eine Frage noch. Ich habe eine Frage, also schau mal, genau. Genau, ich wollte, ja, vielen Dank. Das war super spannend, fand ich. Und ich habe, also was mir aufgefallen ist, ist erstens diese, also ich weiß nicht, wie das bei den anderen Beiträgen ist, weil ich mir das Buch ja natürlich noch nicht angeschaut habe, obwohl ich das vielleicht hätte tun sollen, aber dieses Bedürfnis irgendwie eine Genealogie zu erschaffen, also auch Ceylan oder auch sich selber in einer Reihe zu verorten, was natürlich interessant ist vor dem Hintergrund, dass Ceylan bei Ceylan die Genealogie abgeschnitten war, also biografisch. Also mir ist das aufgefallen bei dem Gespräch mit Alexander Buluc, richtig? Buluc, ja. Buluc, genau, danke, dass er diese Reihe aufgemacht hat, Peter Sondi, Werner Haarmacher und dann praktisch er selber eigentlich in dieser Lehrerreihe oder das Gespräch mit Ceylan, mit Hugo Hoppert, was mich auch echt noch interessiert hätte, weil Hugo Hoppert für uns als Slavisten natürlich, SlavistInnen natürlich interessant ist. Oder dann die Dichter-Genealogie, die Oksana Zabuschko aufgemacht hat. Das war nur eine Anmerkung, ich habe aber eine Frage. Also ich finde das wirklich großartig, dass aus ukrainischer Seite diese Ceylan, also Ceylan etwas aus der Macht, aus der Hand der Germanisten, der deutschen Germanisten auch gerissen wird. Also Claudia und ich haben uns schon kurz darüber ausgetauscht, Ceylan als deutscher Dichter, okkupiert von der deutschen Germanistik. Ich habe das über das Dekanat verschickt, die Einladung, es sind keine, also es ist nicht so, dass jetzt die deutschen Germanisten hier zuhauf teilnehmen, obwohl es ja auch in Tübingen die Beschäftigung mit Ceylan gibt, ja. Weil irgendwie, weiß ich nicht, ist das vielleicht zu abwegig, aber meine Frage ist, wie ist denn der Kontakt zu der deutschen Ceylan-Forschung, also zu den an den deutschen Universitäten nach Ceylan, wird Ceylan da auch, also gibt es Kontakte oder wie sieht das aus? Also bei uns, der Kontakt wäre durch Petro Rüchler, der Literaturwissenschaftler der Ceylan-Forschung zur Universität, der auch alle Gedichte von Paul Ceylan bis, also bis 2020 in Sprinischu besetzt hat. Und ich weiß, dass er die Kontakte knüpft, nicht nur mit den Germanisten selbst, aber auch mit anderen Forschern, die auch Biografie von Paul Ceylan erlernen und die Reisen nach Ceylan-Witz unternennen. Ich denke, dass der Kontakt durch ihn am besten läuft. Ansonsten, ja, als Absolventin des Lehrstuhls für Germanistik an Ceylan-Witzer Universität, zumindest bis zum Jahre 2018 gab es wenig Kontakt oder auch mit keinem überhaupt. Also das kann ich von meiner Erfahrung sagen, weil ich am Lehrstuhl studiert habe. Und ich denke, es gibt auch so ein bisschen wenig Austausch zwischen den deutschen und ukrainischen Germanisten, die dann auch irgendwie gemeinsam das forschen könnten. Die einen machen das in Deutschland und die anderen in der Ukraine. Und auf diesem Wege finde ich ganz schön, dass zumindest die Literaten diese Kontakte haben und durch solche Projekte dann auch etwas miteinander diskutieren können. Weil wir haben seit 2018 jährlich mehrere Veranstaltungen, sowohl in der Ukraine als auch in Deutschland organisiert, wo deutsche und ukrainische Schriftsteller miteinander über Paul Ceylan diskutieren konnten. Und also wir als Kulturmanager pflegen eben diesen literarischen Austausch. Also das ist das, was ich von meiner Seite sagen kann. Ja, jedenfalls Hut ab. Also ich finde das ganz toll, dass Ceylan dadurch natürlich geöffnet wird in beide Richtungen. Ich finde auch ganz spannend, dass es sehr viele deutsche Studenten, die die E-Mails an die Adresse von Paul Ceylan Literaturzentrum schreiben und die Informationen suchen, weil die die Masterarbeit oder Diplomarbeit zum Paul Ceylan schreiben und wollen dann die Infos halt von seiner Heimatstadt bekommen. Und den Studenten helfen wir auch natürlich ganz gerne und freuen uns, wenn die auch Kontakte in seiner Heimatstadt suchen. Das finde ich ganz spannend. Und das Projekt selber gab die Möglichkeit, für die Literaten nach Tschernowitz zu reisen. Das war auch ein wichtiger Punkt. Wir hatten Glück, dass auch in diesen Corona-Zeiten der einzige von sieben Autoren aus diesem Buch, der nicht in Tschernowitz war, in Tschernowitz gewesen ist, also nämlich Alexander Booth. Die anderen waren bereits in Tschernowitz. Und das war uns auch wichtig, dass die Autoren die sind, die bereits hier vor Ort waren und kennen diese Atmosphäre, kennen die Gegend, die Paul Ceylan geformt hat. Und das war für uns wichtig auch, dass die verstehen, worüber sie schreiben. Und in diesem Buch gibt es natürlich auch keine zufälligen Autoren. Und das macht das Buch auch besonders, dass wir diese Wahrnehmung Paul Ceylan im Jahre 2020 fixiert haben. Und wer weiß, vielleicht machen die anderen schon nach uns ein Buch Paul Ceylan 200 und diskutieren auch darüber, wie nach 200 Jahren Paul Ceylan auch wahrgenommen wird. Wäre auch ganz schön. Ja, ansonsten, wenn es keine weiteren Fragen gibt. Ich würde vielleicht auch ganz gerne noch was dazu sagen. Also ich finde das auch eine sehr gelungene Konzeption, sich einfach konkret auch mit den Ansichten und Einstellungen der ukrainischen Autorinnen und Autoren auseinanderzusetzen und eben diesen konkreten Blick auch aufzunehmen. Also sozusagen nicht nur von draußen drauf zu gucken, sondern eben das auch anzuhören. Und ich weiß nicht, also ich kann mir schon vorstellen, also das, was mir zum Beispiel bei Oksana Sapuschko besonders aufgefallen ist, jetzt abgesehen davon, dass ich das natürlich sehr schätze, dass sie auch diesen übersetzerischen Aspekt mit reinbringt und sozusagen auch diese Verflechtung zwischen Autor, Ort, Übersetzer, Text und Sprachen formuliert. Das ist natürlich ganz toll. Aber also als Denkfigur, sich nochmal ganz neu die Frage vorzulegen, also wir sind ja eigentlich diejenigen, die die Tschernowitz und diese deutsche Literatur oft aus der Perspektive des Bruchs betrachten. Und sie macht ja eine ganz andere Linie auf oder eine ganz andere Denkfigur. Sie sagt, nein, also Celan ist ein Teil dieser ausgestorbenen Ukraine, also dieser ausgestorbenen ukrainischen jüdischen Kultur. Und das finde ich total interessant, weil ich glaube, diese Emigration und auch natürlich die Vernichtung von großen Teilen des Jüdentums durch den Holocaust, aber auch durchaus durch die Aussiedlung, versperrt uns tatsächlich den Blick auf diese Kontinuitäten, die eben durch den Totalitarismus sich eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch fortgesetzt haben. Vielleicht hätte das auch ein deutscher Autor oder ein deutscher Historiker so gar nicht gesagt oder sagen können oder sich nicht getraut zu sagen. Aber ich finde, das ist eine Perspektive, die man durchaus aufgreifen kann und wo man nochmal weitergehen kann. Und also ich fand das sehr inspirierend und denke mir, wir müssen vielleicht, wir können vielleicht hoffen, dass dieses Gespräch, was jetzt nicht stattgefunden hat live, dass es vielleicht doch die eine oder andere Möglichkeit gibt, dass wir das nochmal aufgreifen. Und ja, also die Frage, wie es jetzt sozusagen mit dieser engen Fachcommunity aussieht, das ist die eine Seite. Aber CELAN hat ja in vielen Richtungen eine große Wirkungsmacht und da kann man natürlich bestimmt auch noch andere Räume ergreifen, die jenseits dieser engen Fachcommunity liegen. Wobei die Frage ist natürlich schon, warum ist es so abgeschlossen? Also die stehen sozusagen für Ihren Gegenstand, der das auch umgesehen müssen kann. Ja, vielen Dank. Ich stimme dir völlig zu. Und ich freue mich auch, dass über diesen Vorteil von Live-Veranstaltungen, die dann auch später wieder angeschaut werden können, die einzelnen Interviews werden auch veröffentlicht. Das heißt, man kann nicht unbedingt die ganze Veranstaltungen, Präsentationen sich anschauen, sondern getrennt die Interviews, die alle findet man in YouTube. In der Suche schreiben Sie einfach Paul CELAN Literaturzentrum. Wir haben einen Kanal und da sind alle Videos gesammelt. Auch spannend finde ich noch eine weitere Vortragsreihe, die wir veröffentlicht haben, nämlich anlässlich des Geburtstages, die Vortragsreihe Paul CELAN 100. Da sind auch die anderen Lektoren dabei, die sprechen auch zu Paul CELAN in Form des Vortrages. Und da ist auch ein Vortrag von Martin Belarus, der heute mit uns war, aber auch zum Beispiel vom Sohn von Paul CELAN und von Bertrand Badiou, der sich für den Nachlass Paul CELAN pflegt. Deswegen finde ich auch, wer Interesse hätte, kann sich auch frei das auf YouTube anschauen. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich, Claudia Schama, für die Liefere, für die Unterstützung der Veranstaltung, für die Kooperation. Wir bedanke uns auch für die tolle Veranstaltung. Also großartig. Danke. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern und Zuschauerinnen, die mit uns waren, die die Kommentare und Fragen geschrieben haben. Ja, eben auch hier gleich im Chat. Vielen Dank. Ja, ansonsten lade ich ganz herzlich noch morgen zur Veranstaltung ein. Um Berliner Zeit, 18.30 Uhr, denke ich, oder 19 Uhr, muss man schauen. Auf Merida Incianovic in Facebook wird es wieder einen Livestream geben. Oder auch der Link ist da, wer im Zoom-Webinar teilnehmen möchte. Gibt es eine Möglichkeit. Wie gesagt, morgen haben wir Sreeja da und Nora Bossong. Und am 5. Juni haben wir Igor Komaranza, Daniel Malachuk und Klaus Reichen. Auf diesem Weg wünsche ich allen noch schönen Abend. Viel Spaß noch beim Lesen für diejenigen, die das Buch online lesen möchten. Und alles Gute, bleiben Sie gesund und bis später hoffentlich bei den Offline-Veranstaltungen in Tübingen, in Tschernowitz und in allen anderen Städten der Ukraine und Deutschlands. Wir freuen uns riesig auf die kommende Möglichkeit, uns persönlich zu treffen und diesen Austausch auch persönlich zu machen mit unseren Zuschauern, Lesern und Partnern. Vielen Dank und schönen Abend noch. Vielen Dank.